Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Bevor wir in den Abstimmungsvorgang eingehen, frage ich die Clubs, ob eine kurze Sitzungsunterbrechung gewünscht ist. Das ist nicht der Fall. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer. Kolleginnen und Kollegen betreffen keine Mehrbelastungen für Zwangsmitglieder der Wirtschaftskammern Österreich durch infolge der Teuerung steigende Kammerbeiträge. Ich bitte Ihnen, Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung, das ist die Minderheit der Antrag, ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Herbert Kickl. Kolleginnen und Kollegen betreffen Versagen des Vertrauens gegenüber der Bundesregierung, sowie den Staatssekretären und dem Staatssekretär gemäß Artikel 74 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 78 Absatz 2 BVG, des Bundesverfassungsgesetzes. Da zu einem solchen Beschluss des Nationalrats gemäß Absatz 2 der zitierten Verfassungsbestimmung die Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten erforderlich ist, stelle ich diese ausdrücklich fest. Ich bitte nun jene Damen und Herren, die sich für diesen gegenständlichen Misstrauensantrag aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Der Antrag ist die Minderheit. Das ist die Minderheit. Da sind die Minderheit. Vielen Dank.